Hallo ihr Lieben, ich muss mich erstmal räuspern hier, bevor wir Echos of the Past wieder anfangen können, muss ich hier erstmal Frosch aus dem Hals kriegen. Und mir ist so warm, mir ist so warm, mir ist so warm, es wird Frühling und mir ist so warm. Also mir ist nicht vor dem Spiel warm, das wäre auch mal was Neues. Irgendwie habe ich das verdammt laut, so ist schon angenehmer. Ja, genau, ich war hier unten irgendwo am Spiel spielen, genau. Wo es ein bisschen gedauert hat, bis ich verstanden habe, was ich hier machen muss. Hups, gehen nämlich auch die Dinger rauf. Ich bin auch nicht noch ein bisschen lang damals. Die Dinger laufen ganz schnell her und oben. Oha, ich mag solche Spiele nicht. Okay. Oha, wieso hat er sich denn immer nicht mehr bewegt? Oh, mein... So, ich mach das jetzt. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein, das funktioniert scheiße. Der Aufstand ist aber ein bisschen so groß. Die wird ja sogar rot dann, wenn sie merken, okay, es wird gefährlich. Nein! Oh, wieso? Die hat sich grad... So, wir gehen hier um. Die kann ich da nicht aufnehmen. So, ja, geht. So, jetzt drehen, 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 drehen! Und dann bleibt sie hängen. Das wird jetzt spannend, dieser Metallismus. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal aufgehört haben. Und dann... Und dann... ... gericht sich das Ding wieder nicht. Die Krisen... ... Alarm! Diesmal war meine Maus schon mal schuld. Ich hätte mir Platz mit meinem Schreibtisch gebrochen. Den ich mir immer nicht hatte. Ruhe! Bäum! ... Alter Schwede! Mittelalterliche Ritter waren gewöhnlich stark gepanzert. Ja, kann ich dir vielleicht... ... aber eine Speerpost vermutlich machen, ne? Was haben wir hier? Viele Schilder... Ja, das ist... Ich fichte aber da kann ich noch nicht ganz viel machen. Die Bilder auf den Schilden... Schilden müssen prudentisch sein. Alle? Ja, aber den kann ich dann zum Beispiel... Ne, den kann ich nicht mehr anderweitig bewegen. Den lässt sich aber ja auch nicht. Hä? Ich muss im Grunde so lange drehen, dass sie alle das gleiche zeigen. Habe ich recht? Doch, das war jetzt falsch. Äh, ich hab mir das wieder unnötig kompliziert gemacht... ... mit dem Spiegelkasten. Die müssen wir ja eigentlich wirklich nur drehen. Und abwarten. Und vermutlich hätte ich mir das heute mal auch noch aussuchen können. Ich muss nur warten. Ich muss nur warten. Ich muss nur warten. Ich muss nur warten. Ich muss auch kein Problem mit. Ach, scheiße! Entschuldigung. Ich verdrehe mich. Quack! Darf ich das spielen ein bisschen merkwürdig finden? Das geht ja auch schon wieder nicht. Okay. So, dann geht das eigentlich nicht. Dann nennen wir mal die... Die Sonne geht wieder durch. Doch. Das Spiel ist stumpfsinnig. Die kommen jetzt mal sicher keineswegs... Doch. Ein Helm und ein Kettenhemd sind ein Muss für jeden Retter selbst für einen Bogen schützen. Wobei sein Schwert und sein Schild fehlen. Das war das... Huch! Stumpfste nächste Spiel ever. Blöd. Ich denke, ich weiß, was hier hingehört. Du? Also ja, an manchen Tagen geht wirklich alles schief. Okay, jetzt haben wir noch einen Armreif. Das... Ich mag eigentlich keine Armreifen. Hallo, piepmas! Könnte was hier reingehört sein, ja? Das ist gut möglich. Moment, ich hab hier ein Kettenhemd. Hier muss das königliche Wappen hin. Nein. Ich hab ein Kettenhemd. Ich hab mal irgendwas. Okay, wir müssen vermutlich tatsächlich einfach mal in die nächste... Da fehlt die Speerspitze. Wir müssen vermutlich tatsächlich einfach mal in die nächste Welt gucken. Ich fürchte nämlich, sonst geht's hier nicht weiter. Was bist du denn für ein Klecksfarbe? Okay, da gehört's... ...das Ding rein? Hier gehört's... ...da gehört's... ...da gehört's... ...da gehört's... ...da gehört's... ...da gehört eine Feder rein. Okay, ich hab jetzt... ...Metalwürste und die Speerspitze gut... ...ja, siehst du komisch aus. Wie so ein wandelnder Farbklecks. Poliert. Du kriegst wieder eine Speerspitze. Was fehlt hier unten? Achso. Die Schwerte fehlen. Uh, da war ein Wibbelbildspiel. Was? Wusel ich vor. Finde alle königlichen Abzeichen. Du wirst noch herausfinden, wo du sie gebrauchen kannst. Voll die kryptische Drohung. Du wirst schon noch herausfinden, wo du sie gebrauchen kannst. Hey! Einsler! Ich mach hier schon vier Stück fehlen, ne? Die Musik ist gruselig. Mir kribbelt es in der Nase. Ich glaub, ich muss gleich niesen. Das tut mir jetzt schon mal leid, falls das passieren sollte. Ich hab nämlich leider... ...keinen Schalter, wo ich mein Mikro kurz ausstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt niesen muss, niese ich euch total ins Ohr. Dann müsst ihr mich leben. Friss oder stirb. Es tut mir leid. Ich finde hier... Oh! Ich finde hier keine... Oh! Man kann hier Sachen anklicken, das wusste ich noch nicht. Alter, draußen ist gerade ein Vogel voll am... ...abdrehen, ich weiß auch nicht. Voll so ein Krawallvogel. Hier fehlt doch nur eins und ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß hier mit dem Vogel auch... Gibt auf jeden Fall... Nein, ich will nicht auf Tipp gehen, aber ich fände hier auch nix. Also der Vogel gibt da draußen echt alles. Was? Dahinter... Das Königliche... Ich hab etwas verwaltern. Was sprichst du mir denn hier für'n Schlüssel denn? Was ist das für'n Schlüssel? Truhenschlüssel. Was ist das für'ne Truhe? Die hier? Ja, ich bin immer noch hier. Ich verschwende auch gerne mit dir meine Zeit. Ich bin einfach so. Kann ich das mit dem Wasser irgendwie... Ich hätte es jetzt eventuell hochgeschwemmt. Ich habe das mit dem Wasser aufgeholt. Ähh... Ihhh... Ihhh... Ich die Tränen... Nein! Ohhhh... Ihhh... Ehh... Mir läuft die Nase vielinges ein. Ich geh gleich raus und dreh diesem Vogel den Hals um. Ist mir leid. Bitch. Dreht da voll durch. Ich weiß nicht mehr, was für ein Vogel es ist, aber ihr spackt auf jeden Fall voll rum. Mir läuft die Nase und es tut mir so leid, dass ich euch jetzt voll schniefe, wie so ein... Du könntest nachher... ne. Da passt du aber auch nicht rein. Da passt du auch nicht rein. Da ist ja voll nirgendwo rein. Das ist ja auch alles voll kaputt hier. Da passt ja nix irgendwie irgendwo rein. Das ist ein sehr merkwürdiges Spiel hier. sehr, sehr merkwürdig. Oh, irgendwie passt das nicht so richtig. Jetzt bin ich aber langsam Da passt du mir Das ist doch Ja, die Dinger passen hier mit mal, sonst werden es wohl mehr rein Aber es passt doch an sich alles so schön Du kannst aber da nicht reinpassen Du kannst da auch nicht reinpassen Du kannst da reinpassen Und kannst du, Herr Angel, sogar da reinpassen Oh Gott, ist das ein komplizierter Kram hier Mein lieber Herr Oliszewski Bin ich für sowas gebaut? Nein Nein Nein, du passt da rein und würdest nicht rein Du würdest da auch nicht reinpassen Würdest du Hier reinpassen? Ja, im Unterar sogar schon, aber Ich krieg hier so Anfälle, Leute Das Ding hier, das passt doch nirgendwo rein Das Ding passt ohne Witz nirgendwo rein Ich würde am liebsten auf Überspringen gehen Das ist Spieß Ne, ist das ein wenig anstrengend? Sehr bisschen anstrengend So ein bisschen gerade So ein wenig anstrengend 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 So, aber du passt da auch nicht rein Das Ding hier passt nirgendwo rein Was? Was? Jetzt passt doch irgendwann mal rein. Was ist das denn jetzt? Eine Krone? Wie ist das denn jetzt mit einer Goldene Krone? Kann ich die? Nein. Warum könnte ich das machen? Was? Ich denke, ich weiß, was hier hingehört. Ja? Ich denke, ich weiß, was hier hingehört. Nur ich weiß es irgendwie nicht so wirklich. Aber was fehlt jetzt noch? Schwert. Die Rüstung ist noch nicht vollständig. Kriegst du eine Krone auf? Nein. Das hat ja auch irgendwie merkwürdig ausgesehen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Tschüss!